hallo leute was geht willkommen zu einem neuen stadionvlog hier auf meinem kanal ja freunde heute mal was ganz anderes ja stadionvlog ja aber kein meins diesmal geht's nach mannheim gegen den sportverein aus elversberg genau ich habe bock aufs spiel ich habe bock auf dritte liga ich habe bock auf fluglicht ja ich habe auf alles bock heute genau wir fahren jetzt nach mannheim und dann geht es weiter so wir sind jetzt im stadion angekommen war ein bisschen schwierig mit dem verkehr ja jetzt warten wir auf jeden fall ist es hier losgeht und ja also mein tipp ist 2 0 für elversberg mannschaftsausstellung von dem sv elversberg und wir sind hier im gästeblock auf jeden fall mega geil ich habe hier meine zauberstrahl hier hingehangen und ja 23 luka schnäferer an alle jetzt hier sind die fläche in der kurde paus Im Tor haben wir Nummer 23 Jan Christoph, mit der Nummer 3 Julian, mit der Nummer 4 Adrian, mit der 5. Mannschaftskapitän Marcel, mit der Nummer 8 Friedrich, mit der 10 Pascal, mit der Nummer 18 Lohr, jetzt Mannschaftsausstellung von Monheim, mit der 21 Alexander, mit der 22 Martin und mit der 31 Thomas. Auf der Ersatzbank Neotrotz, mit der Nummer 30 Lusilin Haverlug, mit der Nummer 2 Niklas Sommer, mit der selbst Stefano Russell, mit der Nummer 7 Dominik Kulta, mit der Nummer 13 Mark Schneiderbach, mit der Nummer 15 Martin Kampffall, mit der 17. Weihlich und der Kippscher, mit der 29 Daniel Kledauer und mit der 33 Marker Tass. Wir begrüßen unseren Trainer Christian. Christian war geleitet mit der Partie vom Schiedsrichter Florian Badstuber und seitens Assistenten Jonas Pornbarer und Felix Gruth. So, jetzt geht's auf jeden Fall los. Wir begrüßen uns 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 auf jeden Fall los. Ja, für den liebe Waldhof-Feld unterlasst unbedingt das Abwähren vom Fähre-Skörper. Ihr schadet euch und natürlich unseren SV Waldhof. So, Pyro jetzt beim Waldhof-Block. Und jetzt geht's los. Und jetzt geht's los. Los geht's. Erste Show aus Elversberg. Erste Torernährung. Erste Torernährung. Erste Torernährung. Riesenchance, Elfersberg zum 0-1, also riesengroße Chance. Jetzt gibt es eine Ecke für Mannheim, die hatten gerade einen Lattenschuss, ich konnte es nicht mehr filmen, aus dem Nichts einfach an die Latte. Riesenchance, Elfersberg zum 0-1, also riesengroße Chance. 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 Elversberg spielt jetzt ein bisschen zu passiv, aber ja, vielleicht wird es in der zweiten Hälfte dann noch besser. Ja, und Mannheim, aus Mannheimer Sicht, die müssen gucken, dass sie jetzt so schnell wie möglich ein Tor bekommen, um hier am wenigsten noch einen Punkt mitzunehmen. So, weiter geht's. Weiter geht's. Elversberg in Weiß, Waltofinn, Schwarz, weiter geht's. Zweiter Durchgang. Jetzt Ecke Walto, vielleicht die erste Gelegenheit, in dieser zweiten Halbzeit mal vor's Tor zu kommen. Gute Chance, gute Chance von Segat. Der Kopfball. Aber dann doch nicht platziert genug. Jetzt wieder Abschuss Elversberg. Also, es passiert bis jetzt gar nichts mehr. Ähm, ja, keiner kommt zu wirklichen Torchancen. Äh, also ich denke mal, dass es jetzt noch so runtergespielt wird, das 1-0. Äh, ja. Äh, also jetzt spielt jeder irgendwie beide zu passiv. Äh, ja, Mannheim probiert vor's Tor zu kommen, aber kriegen nicht wirklich Chancen hin. Elversberg klärt dann immer wieder aus dem Strafraum die Bälle, äh, bolzt sie weg. Und, ja, somit steht's hier immer noch 1-0. Und viel passiert ist noch nicht. Also, seit dem 1-0 ist nicht mehr viel passiert. Wie gesagt, Waldhof hatte seine Chancen, aber sie haben sie nicht genutzt, also steht's hier noch 1-0. Aber jetzt Standard Waldhof. Freischuss. Freischuss. å Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das Spiel ist jetzt fertig, also 2-1 verloren. Ja also, wie soll ich sagen, es ist halt enttäuschend gewesen, dass innerhalb von einer Minute 2 Tauchen fallen. Halt einfach nicht aufgepasst. Ja und dann verliert man halt das Spiel. Nach vorne ging eh nicht so viel, bei Eversberg auch nicht. Aber ja, nächstes Spiel wird hoffentlich schon besser. Und genau, wenn euch der Teil der Vlog gefallen hat, wisst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und damit Ciao Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.